Guten Abend liebe Leute, es ist Zeit für die Statistiken, es ist schon wieder der halbe Monat rum, viel früher geht es nicht, aber so langsam kommen wir wieder in den Takt rein, die Mai-Stats kommen, die April-Stats waren ja erst vor ein paar Tagen ein bisschen verspätet, also schauen wir rein, Stream-Zeit ein bisschen weniger diesen Monat natürlich, Replay-Liga geht los, auf meinem Channel ist wieder weniger, da haben wir 55 Stunden und dann gehen wir hier relativ easy durch, Average-Viewers sind runter, was einfach vor allem so ein bisschen daran liegt, dass die Stream-Zeit immer ein bisschen kürzer geworden ist, im April habe ich glaube ich meistens so drei bis vier Stunden gestreamt und im Mai gab es viele Streams, die einfach so zwei Stunden waren, weil ich gedacht habe, okay, ich schaffe zwischen Handball und irgendwas anderem, schaffe ich noch irgendwie einen kurzen Stream reinzupacken oder so und dann ist es eben meistens so, dass die, ja die Zahlen, das dauert sich immer so ein bisschen, bis sich das aufbaut und dann sind die halt niedriger, das ist vollkommen fein soweit und ja, dann gehen gehen wir zu den Max-Viewers, 31 hier hinten, keine Ahnung, was da los war ehrlich gesagt, wahrscheinlich irgendwie Clan War oder sowas, aber ist am Ende auch relativ lax, dann gehen wir auf die Minutes Watch, auch hier relativ einheitliches Bild, man sieht hier plus minus 3000 bei einigen und dann so ein paar, die nach unten ausreißen, das sind dann wahrscheinlich auch die kürzeren Streams entsprechend, also alles ganz normal, Geld logisch, weniger gestreamt, weniger lange, weniger oft, also ist weniger Geld, 42,47 Dollar und dann gehen wir zu den weiteren Stats, da sieht man auch so ein bisschen, was dahinter steckt, einmal Ladder, 53 Stunden und die Crew Pro Team League 2 Stunden waren drin in diesem Monat auf meinem Kanal, ihr seht auch die anderen Sachen so ein bisschen, aber Replay Liga gibt es dann wieder, sage ich mal, gesammelt als Replay Liga Season Rückblick, da gehen wir dann ein bisschen genauer drauf ein und ja, man sieht, vor allem im Vergleich natürlich hier, Ladder, die Leute schalten ein und sind nach einem Ladder Game oder so wieder weg und hier sieht man eben auch, ja, eine Series dauert ein bisschen länger als nur ein Game, gerade bei der Relegation war es dann auch nochmal ein bisschen länger, sodass die Leute einfach länger da bleiben, was natürlich ein guter Wert ist, um zu sagen, ja, man braucht nicht so oft Werbung machen, weil die Leute sind oft genug da oder lange genug da, dass sie wenigstens einmal die Werbung mitkriegen, wenn man denn zum Beispiel Werbepartner hat und ja, das soweit dazu, dann gehen wir nochmal eine Runde weiter und zwar Richtung YouTube, da ist der Mai wieder ein bisschen besser als der April, was auch nicht so ganz verwunderlich ist, denn im Mai sind ja auch die VODs von der Replay Liga langsam mit reingekommen in die YouTube Sachen und dementsprechend gibt es da wahrscheinlich ein paar mehr Klicks, das ist relativ wahrscheinlich so, wir sehen auch eine Sache, dass wir mehr Klicks haben um 22% und mehr Wiedergabedauer um 86% erhöht, also auch das wundert mich im Verhältnis nicht so sehr, denn klar sind ein paar mehr Klicks da, wenn die Replay Liga Uploads kommen, aber was da natürlich auch ein Fall ist, im April war viel Dailies und so ein Kram und vielleicht einzelne Spiele von mir und in den VODs von der Replay Liga sind eben dann auch wieder Series drin, das heißt die Leute gucken vielleicht ihre Series nach oder gucken in der Vorbereitung auf den nächsten Gegner oder die Gegnerin auch eine Series und das ist dann eben dreimal so viel, wie wenn ich nur ein einzelnes Game gucke und ein noch viel mehrfaches von einem Daily, wo ich zwei Minuten kurz erzähle, was am Tag so los war, also das ist glaube ich ganz nice, sechs Abonnenten dazu auch in Ordnung. Ja, kommen wir zu den Videos, da sieht man eben, Aufrufe gehen hoch, Impressionen gehen hoch, durchschnittliche Wiedergabedauer ist wahrscheinlich auch deutlich höher als sonst, da ist jetzt kein Indikator dran, aber ich vermute, dass es mehr ist, einfach weil die Leute, wie gesagt, wahrscheinlich dann auch zwischendurch ein bisschen die anderen Sachen gucken. Kurzvideos, gar nicht so viel, ja, hier sieht es aus wie so eine riesige Kante, aber das ist, das ist, sechs Leute haben sich das angeguckt, wie hat jemand ein altes Short nochmal irgendwo gepostet oder sowas, ich weiß es nicht, aber ja, ich habe keinen Short gepostet, dementsprechend sind die Zahlen hier sehr, sehr low und wir können weitergehen in das Nächste. Die wiederkehrenden Zuschauer, 24% mehr als im Zeitraum, auch das ist gut, aber auch, ja, glaube ich, relativ einfach zu begründen in der Replay-Liga, denn wir haben viele Leute, die wiederkommen, weil sie die VODs vielleicht angucken oder dies oder das und ein paar Hintergrundinformationen haben wollen, also das ist auch für mich ganz stimmig, dass das so ist, wie es ist. Was aber auch interessant ist, ist, bei 200 Abonnenten 100 wiederkehrende Leute zu haben, ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Ich glaube, damit kann man arbeiten und wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann macht das, ne, ist ein Drittel, die haben nicht abonniert, aber die kommen, vielleicht sind da ein paar wiederkehrende dabei, die noch nicht abonniert haben, das ist immer ganz nice. Dann kommt zu der sechs vielleicht noch ein paar Leute dazu und, ja, dann gehen wir weiter zu den besten Videos. Auch da für mich nicht unbedingt die größte Überraschung, dass die Prediction wieder vorne ist, dass es gefühlt jedes Mal so, wenn es eine Prediction gibt, dass die irgendwo ganz vorne dabei ist. Replay-Liga-Infos allgemein meistens sehr gut geklickt, wir sehen auch hier, Spielpläne sind fertig und kurze Info zum Saisonstart, das sind dann so Sachen, die halt mal auch so ein bisschen hier und da gepostet werden, dementsprechend klicken auch ein paar mehr Leute drauf und gucken sich das ein paar mehr Leute an. Ansonsten finde ich natürlich noch ganz schön, dass diese Replay-Liga, äh, die Gaming-Location, immer nur Replay-Liga, nichts anderes mehr im Kopf, dass das Gaming-Location-Video so ein bisschen Klicks bekommen hat. Ja, und alles andere sind halt der Ergebnis-Dailies und der Dailies, 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 Dailies. Und dann sind wir durch. Das war der Mai. Wie immer, wenn ihr Fragen habt zum Thema Statistik, dann stellt sie mir gerne. Ich versuche gerne, dies und das nochmal rauszufinden. Hier habe ich auch noch ein paar Zeilen in der Hinterhand, die man vielleicht nochmal so angucken könnte. Wie gesagt, zur Replay-Liga wird es am Ende der Saison ein Video geben, wo die Replay-Liga-Statistiken nochmal ein bisschen detaillierter sind. Und das wird dann, ja, wenn alles klappt, soll es ja in diesem Monat zu Ende gecastet werden und am Anfang des nächsten Monats, vielleicht kriegen wir das dann auch so in vier Wochen oder so hin, dass wir dann die Replay-Liga-Stats komplett haben. Also, für heute war es das. Wünsche euch noch einen schönen Abend. Gute Nacht, irgendwann. Kommt gut in den Samstag. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.